Ich habe letztes Mal, oder in jedem Interview, wo ich drin war, immer gesagt, dass ich blau-weißer bin, dass ich bei Schalke spiele. Ich sage zuerst mal Dankeschön dafür. Traumhaft, wie die Mannschaft gespielt hat. Traumhaft, wie die Fans das nach vorne gefeiert hat. Ich trage den Gauweißen Farben hier. Auch sehr gerne. Ich möchte einfach für den Verein jetzt hier alles geben. Was ist das? Wir glauben immer daran, dass wir ein Team sind, dass wir an vielen Sätzen kommen. Wir wissen ganz klar, wir vertrauen uns gegenseitig. Bei der Mannschaft, gerade in solchen Zeiten, zeigt sich ein Team, ein Team Spirit. Und ich glaube, den haben wir. Jetzt ist alles dabei, 80.000, unsere ganzen Fans sind auch alle dabei. Es ist viel Freude und es wird einfach ein geiles Spiel sein. Ja, mir geht es richtig gut. Also, ich habe gemerkt in dieser Pause, dass ich einfach noch mehr Lust habe, Fußball zu spielen. Und ja, ich habe einfach jetzt noch Bock gekickt und freue mich wieder auf Samstag, dass es losgeht, 15.30 Uhr. Und da wieder auf EuroLeague. Und ja, es war einfach Bock. Ach, gewinne ich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.